Was bisher geschah. Ich will dich nicht treffen. Ich hab auf deinem PC einige hochinteressante Daten gefunden. Du bist in mein System. Das ist dein Fehler. Das war's. Notfallprotokoll eingeleitet. Daten verschickt. Mal sehen, wer mich als nächstes aufhalten will. Wen hat Kari alles was zugeschickt? Da. Ich seh's. Rene Brain, kolze Yu-Gi-Oh. Um euch werde ich mich wohl als nächstes kümmern müssen. Lass uns duellieren. Komm online. Kannst du haben. Er weiß Bescheid. Ich muss aufpassen. Doch jetzt werde ich ihn zerstören. Ich hab als Deck Cosmo geweht. Mal sehen, was er gegen das Deck machen kann. Verdammt. Er spielt auch Cosmo. Na, das wird dann jetzt wohl eine schnelle Runde. Das macht er gut. Ich muss aufpassen. Mit gutem Druck. Die Karte bringt mir auch nix. Dann zerstöre ich jetzt erstmal sein Monster. Ich kam an ihn nicht vorbei. Ich fall zurück. Er dreht das Spiel. Jetzt legt er richtig los. Meine letzte Option. Das war's fürs erste Spiel. Er hat zu viel auf dem Feld. Und wie fehlt was? Ich bin nicht in bester Form. Was fehlt denn? Bei den anderen Malen spürte ich irgendetwas in mir. Doch jetzt ist alles leer. Es ist, als würde etwas nicht bei mir sein. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich werde das wohl verlieren. Wie konnte das passieren? Er konnte zwar gewinnen, aber so kann er mich nicht aufhalten. Jedoch, ich ihn auch nicht. So kann das nicht weitergehen. Ich muss wissen, was mit mir los ist. Ich werde dich finden. R.B. Für sowas habe ich jetzt keine Nerven. Morgen werde ich mich um alles kümmern. Ohne mich konntest du nur verlieren. Du bist viel zu schwach. Ich bin viel stärker als du. Was war das? Ein Traum? Ein Traum? Ein Traum? Untertitelung des ZDF, 2020